ich schicke mal ganz kurz die url zu timo wem schickst url? zu timo. er hat gerade gefragt was ich streamen will okay sache wenn er bessere quali haben will kann er zu mir kommen bayernes bessere quali super gut ich wäre bereit jetzt habe ich rückkommnung von meinem eigenen stream ja den lautlos machen so getan okay dann geht es los würde ich mal sagen ich habe mir ja den stream so ein bisschen angeguckt ich habe den natürlich nicht komplett durchgeguckt aber du hattest ja zum beispiel gefragt warum es bei mir so schnell ging du hast halt relativ lange am anfang erst mal nichts gemacht okay habe ich das? das kann sein zumindest länger als ich und deswegen könnte es daran liegen weil ich dann alles sehr schnell nacheinander gebaut habe dass dann halt alles relativ schnell fertig wohl na gut das kann so sagen ja 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 Das war's für heute. Ich werde mal zwei Sägewerke machen. Jupp, habe ich auch gerade. Zwei Holzfäller, zwei Sägewerke, ein Steinbruch, eine Baracke. Ah, da kommen wir jetzt noch ein wenig durch. Das ist ja blöd. Wo kommst du nicht durch? Ähm, nach... Dortmund? Rechts oben. Ja. Ja, da habe ich direkt meine ersten Holzfäller hingesetzt. Äh, ja. Achso, ich brauche noch einen Steinbruch. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte an Soldaten wie letztes Mal. Scheinbar alles gehälftet oder so. Weiß ich nicht. Circa. Okay. Trotzdem 16 Hämmer. Okay, jetzt ist meine erste Barca auch schon fertig. What? Okay. Meine Holzfäller ist fertig. Ja, das war auch das, was ich als erstes gebaut habe. Ja, mein Holzfäller ist fertig. Und das erst verbunden habe. Ich habe zuerst die beiden Barca, also zwei Barca gebaut. Warum auch immer. Ich habe erst mal eine gebaut, weil... Unten ist eh nimmt nix. Also ich... Nur nach unten links halt, von mir aus gesehen. Ja, ich habe halt noch... Na, aber nee, da eine Fischhütte. Ich weiß nicht, was ich bauen soll. So lange. Vielleicht noch einen Holzfäller. Und noch einen Sieg. Erstmal zwei. Reicht. Jetzt ist Fäller fertig, Steinbruch fertig, Baracke ist gleich fertig. Baracke fertig. So. Da Wachstube hin. Wachstube. Achso, wegen dem Berg. Okay. Ja. Ja, da ist der Slime da. Da muss man sich echt erstmal den Weg frei... ...hölzen. Ja. Das. So viel Holz. So viel Bäume. Amir. Oh, okay. Ich mache aber doch nochmal ein drittes Sägewerk Ja, ich glaube, ich mache auch gleich nochmal ein drittes Echt viel Holz, was man hat Wie viele Schreine haben wir denn, drei, ne vier insgesamt Mache ich hier auch nochmal einen Holzfäller hin Vier Holzfäller und drei Sägewerke Vielleicht hätte ich nicht ganz so viel Wald setzen sollen Naja, das ist doch eine Herausforderung Ja Echt Wie die Heide Die haben ja fast hier schon einen Weg durch Durchgemacht Was, Rohstoffe sind da, Bretter? Jetzt schon? Was, geh schnell Was hast du denn alles gebaut? Sägewerk, Sägewerk, Säge Holzfäller, Holzfäller, Fäller Fischhütte Ich habe noch keine Fischhütte gemacht, weil Sonst ist hier nicht Das sind auch Bretter, die Boah, schon mal ein bisschen ansammeln Wie kann man nochmal die Karte einstellen? M M Ah, ja, macht Sinn Okay Ich habe noch 20 Bretter Und du? Warum ist das bei dir schon weg? So wenig Keine Ahnung Gut, im Stream ist die Karte natürlich direkt hinter meinem Gesicht Letztes Mal Oh, whatever Letztes Mal Vor allem die Meldungen da Ja, genau Kann die Karte auch gar nicht bewegen Ja, ein bisschen seltsam Ach ja, ich meine Ich weiß Äh, vier Holzfäller habe ich noch Oh, das sind Steine Hinter dem Wald Schau mal, war ich da oben irgendwo ein Steinbruch hin Schaut Ja, ich weiß Ach, er ist schon wieder rausgegangen. Oh Gott. Ja, ich sehe ja in meinem Miranda, sehe ich ja, wer rein und raus geht. Und Timo ist schon wieder rausgegangen? Ja, jetzt ist er wieder drin. Hat uns wohl gehört. Genau, er hat gehört, wie wir über ihn geredet haben und dann ist er wieder reingekommen. Warte, ich habe noch 13 Bretter, warum? Warte, meine Bretter sind knapp. Ja, 13 ist schon ziemlich wenig, deswegen. Naja, ich habe aber auch drei Single-Werke, die jetzt völlig... Ja, ihre Arbeit tun. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ah, sie liegt frei zur Baracke. Achso, er guckt sich gerade den Quali-Bereich bei uns beiden an. Also den Quali... Er vergleicht unter Qualitäten, genau. Oh. Quali. Er guckt gerade bei dir. Okay. Hat er gesagt zumindest. Äh, ich soll dir sagen, er sieht dich. Sag ihm, ich sehe ihn. Ja, das ist in der Sache. Alles klar. Ja, ich mache mal eine Musik. Das ist doof. Edl hat schon genug Selbstmusik. Äh, ob. Und bist du raus? Ja, bist raus. Aus deinem Anfangsbereich da. Achso, ja. Ich bin noch ein bisschen hinterher. Aber ich baue auch gerade eine Baracke draußen. Nochmal ein Holzfüller. Ich glaube... Ich glaube... Ich sollte hier auch nochmal einen... Äh, Lava ausbauen. Gold gefunden, yeah. Und code, yeah. Diesmal ist mein Headset leer geworden. Während dem Stream. Oh. Okay. Das hatten wir schon. So. Gott, eigentlich könnte man einfach überall Holzfüller hin. Ja, das mache ich schon. So. Okay. Okay, military wurde besetzt. Wunderschön. So, und dann Fischehütte, Marackel, und eine Fischehütte. Und ein Steinbruch. Noch eine Barucke. So, und dann Fischehütte.